Für die AfD und Peter Bistron wird es immer enger. Immerhin steht Bistron unter Korruptionsverdacht, da er wohl Geld von einer russischen Einflussnahmeoperation unter dem Tarnamen Voice of Europe angenommen haben soll. Wir haben darüber ja bereits sehr ausführlich auf dem Kanal berichtet. Daher nur in aller Kürze. Bistron steht eben in Verdacht für pro-russische Propaganda eine Gegenleistung aus Russland erhalten zu haben. Und da Voice of Europe vom tschechischen Geheimdienst überwacht wurde, Ah, nun, deswegen gibt es wohl einen ganzen Haufen Indizien, die gegen Bistron sprechen. Auch wenn er bisher fast alles abstreitet und eine Kampagne gegen die AfD und sich selbst zieht. Doch es ist wohl alles noch viel schlimmer, als wir bisher dachten. Denn laut Informationen der Zeit war Bistron nicht einfach nur einer der vielen bezahlten Provokateure im Auftrag Moskaus. Er war so etwas wie einer der Köpfe hinter der ganzen Propagandamaschinerie, die wohl jetzt auch seinen Parteifreund Max Kran neben seinen Deals mit China noch weiter hinunterziehen könnte. Sollte sich das alles am Ende bewahrheiten, dann würde sich zumindest jetzt die Frage klären, warum vor allem Politiker der AfD hier im Rampenlicht stehen bei diesem Skandal. Und eben vor allem die, die jetzt sich für Europa warmlaufen. Denn laut der Zeit soll Bistron aktiv EU-Politiker vorgeschlagen haben, die für Russland agieren könnten. Zudem organisierte Bistron wohl Konferenzen in ganz Europa, über die dann wiederum Voice of Europe berichtete. Damit steht Peter Bistron nicht mehr im Zentrum einer Korruptionsermittlung, sondern mit im Zentrum eines richtig fetten Propaganda-Apparats, welcher die europäische Politik zugunsten einer brutalen und menschenverachtenden Autokratie beeinflussen sollte. Und Bistron entschied wohl aktiv darüber mit, welche Politiker vom Voice of Europe Budget von bis zu 2 Millionen Euro eben profitieren sollten. Der AfD-Mann, der eigentlich aus Tschechien stammt, wo auch Voice of Europe übrigens angesiedelt war, machte für die russische Propaganda-Aktion also sowas wie einen Talentmanager. Und erhielt dadurch auch selbst natürlich Einfluss und Macht, neben vermeintlichen Zahlungen eben. Und inzwischen sind auch weitere Informationen aus Ermittlerkreisen durchgesickert. Und so wissen wir, dass dieses Konstrukt der russischen Einflussnahme intern Euro-Projekt genannt wird. Brüsseler Ermittlungsbehörden sprechen hier von Operation VOX. Und eben diese Brüsseler Behörden durchsuchten ja auch jetzt erst kürzlich die Büros eines weiteren ehemaligen Mitarbeiters von Max Krah. Nachdem ein anderer, noch aktiver Mitarbeiter von Max Krah oder jetzt entlassener Mitarbeiter von Max Krah die Zeit folgte, wie es die AfD und auch die ganzen Querdenker ja immer fordern, dankbarerweise einfach mal dem Geld. Follow the money. Und arbeiteten mit Journalistinnen und Journalisten aus ganz Europa zusammen, um das Voice of Europe Netzwerk einfach mal zu verstehen. Und dabei trafen sie halt vor allem auch auf Politiker der ID-Fraktion, aus der jetzt ja die AfD ausgeschlossen wurde, und der EKR-Fraktion. Über die haben wir hier noch nie geredet auf dem Kanal, dass die Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer im EU-Parlament, so quasi die Rechtspopulisten in Leid oder zumindest andere Rechtspopulisten, die andere Rechtspopulisten nicht so wirklich mögen. Laut The Washington Post belegen jetzt interne und gelagte Dokumente aus dem Kreml, dass einige von diesen Politikern jetzt zumindest eben mit Geld von Voice of Europe versorgt wurden. Der Chef von Voice of Europe, ich entschuldige mich für die Aussprache, ist der Russe Artem Matschewski und gehört zum Dunstkreis der Oligarchen rund um Wladimir Putin. Früher betrieb er einen pro-russischen Fernsehsender in der Ukraine und laut Menschen, die eben Mitarbeiter von Voice of Europe erlebt hatten, sprachen diese Leute eigentlich ausgenommen von wechselnden Assistentinnen, die noch tschechisch sprachen, eigentlich nur russisch. Und das halt in der tschechischen Hauptstadt in Prag. Und Matschewski selbst wurde eben nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine von den Behörden in der Ukraine ins Fadenkreuz genommen, wegen Fake News. Und setzte sich als vermeintlicher ukrainischer Flüchtling deswegen dann nach Tschechien ab. Als Voice of Europe dann eben final doch auch in Prag aufflog, floh der Russe dann weiter aus Tschechien und ist seitdem auf der Sanktionsliste der Tschechischen Republik. Bevor Matschewski jedoch fliehen musste, begrüßte er sowohl K. als auch Bistron eben in Prag. Es gibt Gerüchte, dass es bei den abgehörten Gesprächen mit den beiden auch um Geld gegangen sei. Aber dafür gibt es halt bisher keine klaren Belege, es ist also quasi nur ein Verdacht. K. streitet zudem alle Vorwürfe ab. Von Bistron ist aber halt inzwischen bekannt, dass er sich bei einer Übergabe in einem Auto wohl aufgeregt haben soll, dass man mit 200 und 500 Euro Scheinen an keiner Tankstelle in Deutschland bezahlen könne. Insgesamt zeichnete der tschechische Geheimdienst drei Besuche von Bistron bei Voice of Europe auf. Und bei diesem Treffen dürfte Bistron eben nicht nur über Geld und mögliche Ziele für Einflussnahme gesprochen haben, sondern aktiv ins Tagesgeschehen eingegriffen haben. Laut Zeit soll Bistron sogar ganz aktiv mitentschieden haben, welche Inhalte auf der Fake-News-Seite von Voice of Europe am Schluss veröffentlicht wurden. Aber, aber, mein Lieblingssatz aus dem gesamten Zeitartikel, der wirklich sehr lesenswert ist, geht so. K. hingegen schätzen die tschechischen Ermittler eher als eine Art Marionette ein. Autsch! Ja, da haben wir's. Es geht weiter auf der wilden Achterbahn der AfD und ihres Ausverkaufs deutscher und europäischer Werte an den meistbietenden. Voice of Europe ist aufgeflogen. Aber vermutlich war es nicht das einzige U-Boot Russlands, um unsere Gesellschaft langsam aber sicher zu vergiften. Da bin ich mir recht sicher. Denn Putins Mann für solche Operationen, Viktor Medvedchuk, der in der Ukraine wegen Hochverrats unter Hausarrest stand, ist seit September 2022 wieder auf freiem Fuß, nachdem er bei einem Gefangenenaustausch an Russland überstellt wurde. 2020 lud die AfD genau diesen Mann noch zu sich in den Bundestag ein. Dort besuchte dann Medvedchuk unter anderem, ja, wer hat's gedacht, Kra und Wüstron. Mit dem Rubel in der Hand verkaufen sie ihr Vater. In dem Sinne, wir bleiben dran. Und ich hoffe, du bleibst auch dran. Mit einem Abo ist das problemlos möglich. Und über Support, über Paypal und hier auf YouTube freue ich mich sehr und das ist natürlich immer möglich. Und ich sag's jetzt mal ganz dumm. Wenn jeder Abonnent hier auf dem Kanal im Monat einen Euro als Abo abschließen würde, nur einen Euro, dann wäre die Lage hier ganz anders. Aber, mega. Es ist, wie es ist. Es ist vollkommen in Ordnung. Also, danke für eure Unterstützung. Und, hey, Leute, bleibt untot und schaut gerne hier auch mal rein. In dem Video geht es um das Umfragetief der AfD. Ja, die trotz Mannheim irgendwie immer weiter absaufen. Tja, schade. Wir sehen uns bald wieder. Euer Wolfi.